Herzlich Willkommen wieder zurück wie Leute zum neuen Part von Let's Play Tomodazzi live So, zum Key wurde ich gerade reingewollt, der ist gerade immer weggegangen, der hat zu seinem Problem wohl Luft aufgelöst Mir soll das Rest sein, ähm, wir sind aber noch so spongy, weil der will nämlich was wissen, genauso wie jetzt da oben Ähm, dritte Etase, das haben wir uns auch gleich an, aber sagen wir erstmal was spongy auf dem Herzen hat Natürlich, ich war doch erst neulich wieder bei dir spongy, was machst du mich so von der Seite an Habe wir mit dir befreundet sein, okay, interessant, dass du es gehört hast, sehr wie schön Ja los, red mit ihm Sagen wir doch mal, wie es wird, bin gespannt Ob es das wird Man weiß es nicht Noch nicht Hallo Mhm, 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 ja, jetzt sind geredet hier Ja, dies und das und denis Und es ist tatsächlich gut gelaufen Perfekt, was immer mehr Das ist doch supi, dass ihr miteinander befreundet seid So Und für mich gibt's noch gar nichts sagen, das ist ja sehr nett Ein Reisegutsein, danke Gucken wir mal an, ob man damit hinrasen kann So, weiter geht's, ah, jetzt will ich doch keiner mehr, was, hä, hier pick man weiter Oh, was, jetzt pick man wieder woanders, ist ja auch wurscht So, ich wollte nämlich nur noch eine Videosache machen Nimm es das Ereignis an, sondern was es hier im Vergnügungstag gibt Nimm es das Tomodachi Quest Und dann fangen wir's einfach mal an Ja, das ist hart wild Ja, das ist hart wild Ich weiß für alle, ich sag gar nicht, was ich da machen kann Ich bin da da sehen, was tun Kämpfen Okay, das ist wild So, äh, heilen Kämpfen Hier wird mal Magie verwendet Oh, jawoll Magie ist ja der Shitfu-Spinnat Okay, das macht richtig Spaß Macht richtig Spaß, das kleine Minigame hier Uh Schön sind Tika Masala, sagen wir mal, was hier Magie macht Oh, Magie killt ganz schön Okay, hier machen wir mal Kämpfen Ja, 30 Punkte sahen, die machen wir nochmal Magie 203 Punkte sahen, boah So Kämpfen Magie 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 Ich glaub nur Sen sollte Magie vielleicht nicht verwenden oder wie Es ist ankommen Eieieiei, so komm, wir gehen nach links Links ist der Weg Es ist an der Weg Ok Okay, Minnesota Plastik-Pokale ist er sehen Wir kämpfen So, Magie Magie Boah, Pokalsbuttfeuer. Ups. So, Liron, werdet wieder Magie an. Perfekt. Zen tut erst mal heilen. Uah, werdet wieder Magie an. Also Magie, ich glaube, ist das, was hier wirklich am effektivsten ist, wie es mir seint, ne? Wie viel Zaden hat das Ding eigentlich? Man weiß es nicht. Boah, es hat viele Zaden erlitten. Aber vielleicht kann das Hände ein bisschen was davon wieder heilen, sagen wir doch mal. So, dann kann gar nichts heilen. Rip an dieser Stelle. So, und ich verwende auch nochmal Magie. Ah, das wird nicht verdammt gut gehen, glaube ich. Oh, ich bin tot. Perfekt. So, Liron kämpft. Zen, äh, tut kämpfen. Besser als nix. So, uh, werdet auch Magie. Und jetzt, ich glaube, ist ihr die letzte Sünde geschlagen vor uns. Passt. Man ist ja noch ganz gut dabei. So. So. Oh, heil. Geht gar nicht, weil ich nicht genug MP abmache. So. So, hier kann man Magie verwenden. Zen kämpft. Und hier wird wieder Magie verwendet. Keine Ahnung, ob wir das nochmal gewinnen. Ich glaube nicht. Uh. Oh. Kann so langs noch nicht mehr viel tun. So. Zen tut kämpfen. Wir sind jetzt auch gekämpft. Aber es sieht nicht gut aus. Ganzes Henklas weg. Ne, uh, ist weg. Uh, zwei Leben noch sind. Also. Komm, das liegt alles in dir. Kämpfen mal. Was hast du? Ja. Ich glaube, das war's. Nooo. Schade war malade. Game over. Aber. Das, äh, Quest Spiel war sehr, sehr witzig. Hat Spaß gemacht. Gut. Und mit diesem kleinen Quest Spiel sage ich danke für das Zuschauer und von die Part von. Time with Arts Live. Im nächsten Part geht's weiter. Aufs rein. Bis dahin. Und ciao. Ciao.